Hallo, ich bin Daniel und ich spiele gerne. Eigentlich spielen wir alle Kinder gerne. Leider haben viele Kinder nichts, womit sie spielen können. Darum möchte ich ein paar meiner Spielzeuge verschenken. Übrigens, es muss nicht immer Weihnachten sein. Ihr könnt auch einfach so Sachen verschenken. Ich wünsche allen Kindern der Welt ein frohes Weihnachtsfest. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020